Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Dankesvideo. Ich möchte mich bei allen bedanken für das Jahr 2018, für meine ganzen 70.000 oder jetzt mittlerweile schon über 70.000 Follower, die mich nach wie vor verfolgen, unterstützen, fleißig kommentieren, Daumen und dafür möchte ich mich natürlich herzlich bedanken. Ich wünsche euch und euren Familien natürlich ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Und dann wollen wir mal sehen, was im Jahr 2019 noch so auf uns zukommt. Es ist einiges angekündigt, neue LKWs, neue DLCs, das Schwarzmüller-Trailer-DLC, was ja mal rausgekommen ist, soll überarbeitet werden, der MN Euro 6 soll kommen und 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 und. Also da wird noch einiges kommen nächstes Jahr, da freue ich mich drauf. Natürlich gemeinsam mit euch den weiteren Schritt und vor allem natürlich auch mit SCS zu gehen, da freue ich mich drauf natürlich. Und ja, ich bin jetzt aktuell mit dem Auto unterwegs, natürlich jetzt hier auch auf dem Rasthof und man kann heute ist, wir haben es jetzt bald 24 Uhr, Heiligabend und es sind immer noch, ich mache mal die Scheibe runter, immer noch, was ist ein Dreckwetter, ey, kann man gar nicht rausgehen. Immer noch LKWs, ich hoffe man kann es erkennen, ich meine Kamera drehen hier. Also sind immer noch LKWs unterwegs, beziehungsweise auf dem Parkplatz, kann ja mal eine Runde drehen. Hier haben wir dann 2, 4, 6, 7, ich glaube 7 oder 8 LKWs stehen noch hier rum. Natürlich nicht aus Deutschland, war klar. Aber da kann man sehen, dass wirklich noch viele einfach on the road sind. Vor allem gut, jetzt ist es schon nach 22 Uhr, die Leute dürfen jetzt wieder fahren, es ist Montag. Aber ich finde es halt einfach immer noch schrecklich, wenn ich mir die Kennzeichen hier, es steht ein Franzose, da steht ein Ungar, ein Litauer und und ich finde es halt nach wie vor eine Frechheit, dass die Fahrer halt nicht zu Hause sein dürfen und das ist echt, das ist natürlich wirklich schade. Und an die Fahrer sollten wir natürlich auch denken und das mache ich auch immer jedes Jahr. Ich sage nochmal Leute, habt ein schönes Fest zu Hause und denkt auch an die Leute, die, ich mach mir zu, mach ein Schrift wie die Sau, denkt auch an die Leute, die ja dieses Familienfest nicht zu Hause feiern können. Natürlich an die Leute, die für uns ackern müssen, damit wir draußen tanken fahren können, wir können einkaufen und 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 und. Sollte man auch mal würdigen. In diesem Sinn, wie schon gesagt, wünsche ich euch frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch ins Neujahr und ja, wir sehen uns wie immer auf meinem Kanal. Also macht's gut, bis bald und ciao.